Fast jeden zweiten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner getötet. Die Familie also nicht nur ein Kreis der Geborgenheit, sondern leider viel zu oft auch ein Tatort. Bei über 80 Prozent aller Gewalttaten sind Partner oder nahe Angehörige die Täter. Die Gewalt dabei hat viele Formen, das offensichtliche blaue Auge, also die körperliche Gewalt. Psychisch etwa durch Demütigungen und Zerstörung des Selbstwertgefühls. Sexuell durch Belästigung oder Vergewaltigung, auch Stalking ist eine Form von Gewalt. Knapp 109.000 Frauen haben im vergangenen Jahr Anzeige erstattet. 2015 waren es noch etwa 100.000 Frauen. Ein Anstieg allerdings auch, weil häusliche Gewalt nicht mehr nur Privatsache ist. Also Frauen sich häufiger trauen, zur Polizei zu gehen. Trotzdem, die Dunkelziffer ist hoch. Aber warum bleiben die Frauen? Abhängigkeiten spielen hier eine große Rolle. Frauen sind oft finanziell, religiös und emotional an den Täter gebunden. So fällt es ihnen schwer, sich aus der Gewaltsituation zu lösen. Dabei gibt es Auswege aus der Gewalt. Erste Hilfe bietet der bundesweite Frauennotruf Gewalt gegen Frauen. Rund um die Uhr an 365 Tagen kostenfrei. Unterstützung bieten auch Frauenhäuser. Derzeit sind es über 350 mit weit über 6.000 Plätzen. Doch die reichen aufgrund der steigenden Opferzahlen längst nicht mehr. Nötig wären doppelt so viele. Um den Schutz auch gesetzlich besser zu stärken, hat der Bundesrat dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in diesem Jahr zugestimmt. In dieser sogenannten Istanbul-Konvention sind verbindliche europäische Standards festgelegt. Konkret heißt das 81 Artikel für mehr Prävention, Hilfe und Rechtsschutz. Ein wichtiger Schritt für alle Opfer von häuslicher Gewalt.